Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man die Stammfunktion einer Polynomfunktion ermitteln kann, die eine bestimmte gegebene Nebenbedingung erfüllt. Die Ziele für dieses Video sind, dass wir gemeinsam die Stammfunktion einer Beschleunigungzeitfunktion a ermitteln und danach auch noch die Stammfunktion einer Geschwindigkeitszeitfunktion v. Wir beginnen mit einer Beschleunigungzeitfunktion a und zwar für die Beschleunigungzeitfunktion a eines Autos gilt, a von t ist 1,5 mal t plus 2, wobei t eben die Zeit ab Beginn der Beschleunigung in Sekunden ist und a von t die Beschleunigung zum Zeitpunkt t in Meter pro Sekunde zum Quadrat. Kommen wir gleich zur ersten Aufgabenstellung und zwar für die zugehörige Geschwindigkeitszeitfunktion v gilt, v' von t ist a von t, also die Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit ist die Beschleunigung. Das kennen wir bereits aus der Differenzialrechnung und jetzt wollen wir eben den Spieß umdrehen und als zusätzliche Information bzw. Nebenbedingung haben wir gegeben, dass die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt 0, also v von 0 gleich 15 Meter pro Sekunde ist. Und jetzt lautet der Arbeitsauftrag, ermittle eine Funktionsgleichung von v. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere dazwischen das Video und wir vergleichen dann die Ergebnisse. Also gut, um jetzt eine Funktionsgleichung von v zu ermitteln, werden wir zunächst einfach einmal wieder ableiten, umkehren. Das heißt, wir können gleich festhalten, v von t ist gleich 1,5 mal t² halbe plus 2 mal t und dann noch plus c. Das können wir noch ein bisschen zusammenfassen und das nächste ist jetzt noch c so bestimmen, dass die Nebenbedingung erfüllt ist und zwar v von 0 soll 15 sein und das bedeutet c muss gleich 15 sein, denn wenn wir für t 0 einsetzen, dann fällt das hier vorne alles weg und es bleibt nur c übrig. Na gut, damit haben wir jetzt eine Funktionsgleichung von v und zwar v von t ist 1,25 mal t² plus 2 mal t plus 15. Kommen wir gleich zur nächsten Fragestellung und zwar, um wie viel Meter pro Sekunde beschleunigt das Auto im Zeitintervall 0 bis 6 Sekunden. Nimm dir dafür noch einmal ein paar Minuten Zeit, pausiere noch einmal das Video und wir vergleichen dann die Ergebnisse. Um diese Frage zu beantworten, brauchen wir nun die Geschwindigkeit-Zeitfunktion v, deren Funktionsgleichung wir gerade aufgestellt haben. Hier noch einmal zur Erinnerung, denn jetzt interessieren wir uns für die absolute Änderung der Geschwindigkeit im Zeitintervall 0 bis 6 Sekunden. Die absolute Änderung der Funktion v in diesem Zeitintervall können wir durch Einsetzen und dann voneinander abziehen berechnen, also v von 6 minus v von 0. Wenn wir hier einsetzen ergibt das 36 minus 15, also 21 Meter pro Sekunde. Also um 21 Meter pro Sekunde ändert sich die Geschwindigkeit, also um 21 Meter pro Sekunde beschleunigt das Auto in diesem Zeitintervall. Kommen wir nun zu einer letzten Fragestellung und zwar, wie viele Meter legt das Auto in diesem Zeitintervall zurück? Nimm dir dafür noch einmal ein paar Minuten Zeit, pausiere noch einmal das Video und dann vergleichen wir auch hiervon noch die Ergebnisse. Diese Aufgabenstellung sieht ja von vorhin eigentlich ziemlich ähnlich. Wir haben es wieder mit einer absoluten Änderung zu tun, aber diesmal mit der absoluten Änderung des Weges in einem Zeitintervall. Wir haben jetzt aber noch keinen Weg, das auszurechnen, und daher müssen wir uns zunächst noch mit der Geschwindigkeitszeitfunktion v ein bisschen weiterhelfen. Für diese Funktion v haben wir vorhin schon eine Funktionsgleichung aufgestellt, hier noch einmal zur Erinnerung. Mit der können wir jetzt weiterarbeiten, denn wir wissen eine entsprechende Wegzeitfunktion wäre ja Stammfunktion dieser Funktion v, denn es gilt die Ableitung des Weges nach der Zeit ist ja genau die Geschwindigkeit. Daher können wir durch Ableitung umkehren, einmal so einen Ansatz für eine Funktionsgleichung einer passenden Wegzeitfunktion machen. Mit S von T ist gleich 1 Viertel mal T hoch 3 Drittel plus 2 mal T Quadrat halbe plus 15 mal T plus 1 C, auch diese Wegzeitfunktion S könnte grafisch betrachtet vertikal verschoben sein. Spannend ist, es kommt, wenn man sich für absolute Änderungen in einem Intervall interessiert, auf so eine vertikale Verschiebung nicht an. Das kann man sich grafisch überlegen. Wir machen das jetzt hier rechnerisch, indem wir einsetzen. Also wir können jetzt einfach einmal für T 6 einsetzen und einmal 0. Wenn wir das machen, erhalten wir dann einmal 144 plus C. Und einmal, wenn wir 0 einsetzen, fällt das hier alles weg und es bleibt nur C übrig. Und wir erhalten eben für die Differenz S von 6 minus S von 0 einfach 144 plus C minus C. Das hebt sich auf. Also das C spielt scheinbar wirklich keine Rolle und es bleibt einfach nur 144 Meter für den zurückgelegten Weg übrig.